Hallo meine Freunde, willkommen, dass ihr hier das jetzt hier seht. Tut mir echt leid, weil wir haben die, also die Ding ist abgetackt, die, ja, die Aufnahme hat es verrissen. Und jetzt habe ich es gemerkt in der Pause, aber wir haben zwei Tore geschossen, Lewandowski und Robben, die Torschützen. Und das ist mir jetzt erst beim, das ist das zweite Spiel erst, wo es mir auffällt. Das heißt, das Spiel vorher gegen Werder Bremen war das ein 3-0, Dreierpack Robert Lewandowski. Das haben wir leider auch nicht im Kasten, deswegen jetzt hier erst diese Folge. Und dann auch nur zur Hälfte, aber hey, besser als nix. Oh krass, ey. Und dann hättet ihr schon fast hier den Anschlusstreffer gesehen. Alter Schwede. Oh, das sah böse aus. Philipp Lahm gegen Stendera, gegen Ben Hatira wieder. Das Duell gab es in der ersten Halbzeit schon oft und das hat Lahm bisher immer verloren. Wird halt auch nicht jünger, der alte Mann. Kommt den ganzen schnellen Bällen auch nicht mehr so hinterher. Und jetzt mal Douglas Costa. Jetzt wollen wir was von ihm sehen. Ribéry hat vorgelegt mit einer klasse Vorarbeit für das Tor von Lewandowski. Costa hat beim 3-0, treu, beim 3-0 gegen Bremen einfach mal alle drei Tore vorgelegt. Von daher, er hat vorgelegt. Jetzt muss Ribéry mal nachziehen. Wieder Lahm, Ben Hatira. Klasse Ball auf einen Robben. Einen fucking Robben. Einen Robben. Einen Robben. Keiner greift ein. Einen Robben. Und dann, wenn er schießen will, wird da ein Bein dazwischengestellt. Und er tritt ins Leere. Oh Mann. Autsch. Voll hinten rein. Oh nein. Ich hoffe, er hat sich nicht eher wehgetan. Ich hoffe, er hat sich nicht fester wehgetan. Das ist eine perfekte Position für einen Rechtsfuß. Nun haben wir keinen, der es kann. Wird er mich komplett verarschen. Wir haben keinen Rechtsfuß, der Freistöße schießen kann. Ernsthaft. Da muss ich nicht fester wehgetan. Ich kann es mit Linksfuß-Spielern von links einfach nicht. Sorry. Das war eine klasse Position. Aber, ja. Da hätte jetzt eben ein Ribéry gefehlt. Weltklasse Ball. Oh, ey. Ey, 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 ey. Da so in den Mann gehen, das ist echt unnötig. Lewandowski. Hadecki hat den Ball. Eckball. Alter Schwede. Lewandowski verschießt einen sicheren Elfmeter. Alley. Kann er schießen? Alley. Ja, nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Zum Glück führen wir schon 2-0. Sonst hätte ich mir ja jetzt hier echt den Arsch gebissen. Eigner verarscht da Mustafi. Aber der bleibt dran. Da kommt nicht mehr in den Ball. Neuer. Ganz entspannt. Wie immer. Timothy Chandler unter Druck. Frennt er mit dem Ball eins aus. Klasse Ball. Klasse Auge. Und der Schuss hätte auch durchaus reingehen können. Von Erli. Oh, Mann. Oh, Mann. Reinhardt. Und der defensiver Mittelfeldspieler geht immer mehr mit nach vorne. Müssen sie natürlich auch. Die Zeit läuft. Nee, mit dem Klasse Auge für Douglas Costa. hat gefälscht. Und dann ist Aigner da. Und dann ist Aigner da. Geh, mit dem Klasse Auge für Douglas Costa. Dann ist er vielleicht nicht mehr in den Klasse Auge. Und dann ist er nicht mehr in den Klasse Auge. Mözil, komm. Komm, Mözil. Oh, das gibt es nicht. Costa. Letzte Chance. Noch eine Ecke. Oh. Auf der Linie wird der Ball geklärt. Das war es. Bis dann. Und Tschüss.